Jo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Fortnite Live Commentary. Heute gibt es den neuen Modus, eine richtig coole Runde aus dem Stream zusammen mit Masti und Marcel Leute. Und ich wollte noch ganz kurze Info euch sagen, Leute, ich habe euch ja letztens erzählt, dass ich gesundheitlich in den letzten Wochen ziemlich struggle hatte, deswegen kamen auch weniger Videos hier und auch auf Vizca Wasser. Und jetzt ist es wirklich so weit gekommen, dass ich ab morgen bis Montag in die Klinik muss, Leute. Aber wirklich, macht euch keine Sorgen um mich. Es wird alles wieder gut, dass es echt nichts Schlimmes ist, aber ich möchte einfach sicher gehen, dass die Scheiße da weg ist. Und danach kann ich auch wieder auf jeden Fall voll loslegen, auch Vizca Bars und auch hier. Ich konnte nicht ins Gym gehen in den letzten Wochen. Das richtig belasten einfach, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, euch wird das Video gefallen. Ich versuche noch ein, zwei Videos wenigstens heute am Abend noch hier zu machen für die Tage, damit wir ein bisschen was zu gucken haben. Wenn nicht, dann tut es mir leid, Leute, dann wisst ihr, dass ich auf jeden Fall in der Klinik bin. Und ja, das finde ich auch nicht oder so. Ich werde auch eine Insta-Story hochladen oder ich werde auf Instagram auf jeden Fall aktiv. So ein bisschen ein paar Storys raushauen aus dem Krankenhaus, was ich denn da so treiben werde. Und ja, Leute, also alles gut. Immer positiv bleiben. Bleibt immer positiv. Keep positive. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich würde sagen, Leute, viel Spaß mit dem Live-Kommentary. Let's go! Sehen nicht, Masti. Es ist hier drinnen. Ich versuche immer noch kurz zu gucken, ob ich... Er baut hier. Push du ihn, push du ihn, push du ihn. Ich laufe zu Marcel. Machst du ihn, der Fall schon. Hinter mir sind zwei Gegner. Hier bauen auch welche. Oh mein Gott, ich habe einen komplett... Oh Gott, ich habe zwei Gegner. Er wird mich finischen, er wird mich finischen. Oder helfen, helfen, Anton. Stüpp, stüpp, bitte, 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 bitte. Connecte, ja! Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, sein Leiche ist so auf mich draufgefallen. Oh mein Gott, das hättest aus meiner Pistole sehen müssen. Ich heal Marcel, bleib hier, Anton. Ich gebe dir Chuck-Chuck. Achso, gib mir... Ich brauche Chuck-Chuck, ich brauche irgendwas auch. Alter, Anton, oh mein Gott, deine HP, Digga, du Legende. Habt ihr schon alle eine Ska? Ja, ja, ja. Hast du eine Ska, Marcel? Ja, ja. Hier ist einer, oder, auf der Street? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Über uns, über uns. Ach, getrapt, Digga. So. Lass mal Garage und Basketball hier. Er hat noch unten die Tür aufgemacht. Er ist hier unten, er ist hier unten, ja. Alles easy. Er hat noch einen Chuck-Chuck. Voll leid. Jungs, wollen wir, wollen wir Basketball? Äh, lass den mal kurz looten, weil der hat einen Chuck-Chuck. Ich nehme das mal mit. Ich habe keine Muni, Digga. Ich gebe dir gleich. Aha, ich kann dir Lüte geben. Ich weiß nicht, wo der Typ hier ist, der hier hinten schießt. Ich habe einen, ähm, niedergestreckt, ne, hier oben. Der war dort auf diesen Treppen. Massi, da hat einer von euch Dingens noch einen, äh, einen Trank. Äh. Ja, aber Anton hat einen 50er doch aufgehoben, soweit ich gesehen habe. Den Fufi habe ich schon getrunken. Okay. Den Chuck-Chuck. Äh, hier ist... Wir beschossen hier. Ja, ja, ja. Von 2,10, Massi, von 2,10. Lasst runter, lasst runter hier, Jungs. Lasst runter, ja, komm. Komplett, komm runter. Ich habe nur 26 AR-Schüsse. Komm mal hier lang, Jungs. Ich kann mir hier auch von mir. Komm mal, komm mal bei der Herre. Wir gehen jetzt hier so aus lang. Ich sehe die, ich sehe die. Ach, scheiße, hab ich nämlich 2 Skars, Alter. Ja, die haben Fight, die haben Fight. Die sind hier auf dem Dach. Können die easy von der Seite pushen. Wenn du dritt, kommt die Jungs. Ich habe noch einen Jump Pad, ne? Wir können auch zu denen fliegen, wenn ihr wollt. Nein, 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 easy. Die sind hier direkt, direkt vor mir. Die bauen sich hier auf... Ja, die bauen sich hier auf... Die sind auf andere fokussiert. Ah, okay, Massi, ich komme. Einer läuft von rechts hoch. Pass auf, schaut rechts jetzt, wenn ihr hoch springt. Rechts, rechts, rechts. Einer habe ich. Einer ist dahinten, Massi. Einer ist unter uns. Er ist so weak, er ist so weak dahinten auf der Treppe. Dahinten auf der Treppe beim Big Ben. Nein, der ist weak, komm, 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 komm. Zwei Leute, zwei Leute peaken da. Warte, ich muss Dinge verwenden, ne? Der push dich, der push dich, Anton. Der ist weak. Hab ihn. Schön. Ein letzter, einer noch. Ein letzter, einer wird noch vorne hier irgendwo sein. Ich heil, Massi. Ja, ich habe die hier vorne, ja, nice. Let's go, Jungs. Aber ich bin ein bisschen zu gierig geworden gerade an dieser Stelle. Hat der immer ein bisschen AR-Money für mich? Ja, absolut AR-Money. Können wir mal schauen, warte mal. Du brauchst ein paar Verbände? Ich sorte euch erstmal kurz. Ich baue jetzt schon. Wie, warte. Ich sorte dir. Ähm, ich habe Chuck-Chuck, ne? Wer braucht das von euch? Echt? Gib mir. Ich gebe Massi, ich gebe Massi, ich gebe Massi. Naja, gib lieber Massi, weil mit dem ist die Gewinnschance etwas höher. Nein, nein. Ist das so schlimm aus? Nein, ist das so schlimm aus? Du sagst, dass ich die Gewinnschotte höre. Marcel, du musst bauen. Marcel, Marcel, ich baue nach, ich baue nach. Beleb du Massi wieder. Beleb du Massi wieder, Bruder. Er ist nicht hier bei uns. Er ist da oben heute, er ist zwei Headshots, ich bin wirklich tot. Aha, belastend. Ah, fuck, ich kann nicht. Oh Mann, Digga, das ist ja ernst belastend gerade. Was sollen wir machen? Kannst du hier hinten, mach hier hinten auf, mach hier hinten auf, dann können wir runterfallen. Komm, komm, Massi. Oh, fuck. Warte mal, die schießen, okay, warte, die schießen wir gerade im Weg. Massi, komm runter, komm runter. Komm, ich hier reingekrochen. Komm, ich bin in den Abschluss gefilmacht. Komm, komm her, komm her, komm her, komm her. Ega, Mann, Alter. Komm her, Massi. Sorry, Marcel, es wird ernst belastend, die Szene. Ja, easy. Ich kann Ihnen ein Medikit geben, wenigstens, Massi. Ich habe einen Chuck, ich habe einen Chuck, Bruder. Okay, dann nimm du einen Chuck, ich habe einen Jumppad. Lass ein Play machen gleich. Massi, hör mir zu. Wir gehen jetzt hier aus der Tür gleich raus. Ich mache direkt Jumppad und wir fliegen komplett weg, okay? Wir fliegen so fast Richtung Basten, Bruder. Soll ich will nicht die Muni sorten, irgendwie? Ich kann die Muni ein bisschen geben. Hier, schau mal. Geh mal so ein bisschen wenigstens. Hier, 18 Schuss, könnt ihr. Die Bauern. Komm, die kommen. Ich weiß. Komm, wir machen sein Play. Massi, ich baue direkt. Okay, komm. Mach schnell, mach schnell. Direkt. Ich fliege da noch weg. Ich fliege nicht zum Bastenplatz. Ich bin hinter dir. Du hast smart eigentlich. Guck, hier ist noch die Kiste unter uns. Ich bin jetzt hier auf dem Berg, gell? Die benutzen auch unser Jumppad, glaube ich. Die können jetzt gleich auch gleich zu uns geflogen. Chuck, Chuck, Anton. Okay, ich komme zu dir. Benutzen die es auch gerade? Ja, der andere ist hier auf dem Dach. Kannst du ihn holen? Er hat ein bisschen Hits. Egal, scheiß auf. Ich gönne mir erst mal ein bisschen Chuck, Chuck hier unten. Warte mal kurz. Ja, okay, okay, okay. Wo ist Chuck, Chuck? Hier? Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ach, du hast es schon. Ach, du hast es schon. Warte kurz, Digga. Danach können wir die pushen. Mit 200 Leben ist schon besser. Ja, safe. Ego tot zu sein, dann kann ich bis in San Diego's Buch lesen. Hat der auch ein Buch geschrieben, oder was? Ja, es kam heute raus. Gar keine Ressourcen, Massi, ich hab 20 Holz. Für mich ist es auch ganz kritisch mit Ressourcen. Hier ist noch die Kiste, Anton. Ich brauch fucking AR-Money, Mann. Sortet ihr das? Ja gut, ich kann nicht schon 18 Schuss noch geben, gell. Ich hab halt auch noch 48. Da ist doch der Mann, ich will einfach nur wahrscheinlich Moni bekommen. Massi, wir brauchen welche Ressourcen, das kostet uns den Tod. Ich hab 180, hier liegt noch eine AR-Money, okay. Kostet uns den Tod, wirst du? Ähm, warte mal, ich überlege grad. Digga, wollen wir nicht einfach einen Fluss runter, ein paar Bäume fällen, Digga. Nein, wir können auch einfach dieses Team holen. Oh, Massi, ihr ziegst den Haus auf W, oben, er ist oben auf ziegst den Haus. Hier direkt vor uns, da baut doch einer vor uns. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Da baut er und einer ist noch rechts, äh, über ihn quasi. Da ist ein kompletter Squad da oben, Anton. Ja, die müssten ja halt absolut Ritterburg gehen, könnten wir die Wolves sagen. Ja, Digga, ich hab halt keine Ressourcen. Schau mal, wir können den jetzt mal holen. Komm, äh, versuchen zu snipen. Komm, nice. Schön, versuchen zu finishen, wenn es geht. Ah, schiss, lass auf Ritterburg, Anton. Ich baue uns hoch, komm mit. Okay. Ja, die Revivaling Grad, die Revivaling Grad. Wir können natürlich jetzt auch direkt pushen. Auf reckless Basis. Das ist nicht sch... Ich weiß es nicht. Entscheide du, Digga, du hast Ressourcen. Let's one shot then, Revive. Nice, schön was sie. Komm, wir looten die, die haben Ressourcen. Alle, die haben sich hier in den Turnen gebaut. Digga, was haben die hier im Tunnel gebaut? So eine Brücke, alter. Ich brauche auf jeden Fall die AR-Monie. Ich nehme mir die Ziegel und du das Holz, würde ich sagen, oder so. Ich habe genug AR-Monie bekommen. Hier ist noch eine Sniper. Ich muss sich, ähm, Medikit noch mitnehmen. Ja. Hast du goldene Sniper mitgenommen? Jo, warte mal. Digga, such mal. Wie tiltet aussieht. Guck mal, Bruder. Selten so verbaut gesehen. Alter, Digga. Neu, Knallseider. Absolut krank aus. Neue Stadt drauf gebaut. Echt so, Digga. Okay, komm, Maxim. Haben wir noch einen Jumphead, Anton? Nein, gell? Wir können das... Wir können das... Oh, Jumphead da unten. Das wird schon zerstört, oder? Was ist denn das? Oder wo war das? Ah, nee, da. Das liegt da noch. Ja, dann lass, oder? Lass dich nur shift die Schärft so, Anton. Okay. Ja, okay, komm. Komme ich hier überhaupt hoch? Ah, ah. Mann, das ist halt ein Schärft. Ich habe gar keine Ressourcen, Bruder. Also kaum. Okay, ich habe auch nur 90. Ich habe 90 Ziegelsteine, Digga. 16 Heuers. Ich habe 100 Ziegelsteine. Ich fülle mal ein bisschen Bäume. Wir brauchen echt... Wenn wir 999 Ressourcen haben, Digga, dann sterben wir auch nicht. Glaub mir. Oh. So ist halt der Rest, Digga. Oh, ich slide so runter. Okay. Absolut G-Slide nach unten machen, komm. So slide ich in die DMs. Ich stelle mir vor, das wäre so ein Dauer-Jetpack, was rauskommt bei Fortnite, Alter. Wie krank wäre das? Komm, letztes Spiel ruinieren, Digga. Nee, das machen wir gar nicht so dumm, ne? Das wäre so krank. Die sollen im Private Lobby sitzen nur langsam rein. Wir holen zum Winner-Jetpack. Beide 200%. Ich habe noch einen Slurper. Und noch 300 ganz hinten. Da habe ich so eine Treppe gesehen. Hier waren auf jeden Fall auch schon welche bei Shift hier massiv. Ich sehe die Treppe. Ja, ist auf jeden Fall massiv direkt vor mir. Einer ist auf B. Ich sehe ihn. Ab ihn. Wir lassen ihn nicht finishen. Lass kurz warten, warte. Warum, Digga? Wir können ihn eigentlich schon? Nein, damit seine Mates zu ihm kommen. Sonst müssen wir die Mates suchen. Okay, okay. Machen wir so. Gut chill, gut chill. Guck, dass die schießen schon. Ich schießen schon auf uns. Wo siehst du ihn? Ich schieße ihn nur, glaube ich, damit wir den nicht finishen. So eins auf, weißt du, was ich meine? Ich weiß, ich weiß, ja. Jetzt gibt er halt Infos. Jetzt wissen wir, jetzt können wir ihn killen. Wo, Anton? Ich habe ihn schon. Auf SW liegt er. Hab ihn, gefinisht? Schön. Digga, die kassieren so eine 100er Prezi, Alter. Das ist so krank, was man hier machen kann, gell? Okay, ich habe jetzt ordentlich Ressourcen, Digga. Nimm seine Ressourcen von dem hier. Von dem nimmst du Ressourcen? Achso, du nimmst du, du nimmst mir. Hier ist noch Lagerfeuer. Ich sehe, Anton, komm her, komm her, komm her. Ich habe mich auch gesehen, so ein scheiß Panda auf 150. Ey, ich habe einen habe ich auch gesehen, aber der war so ein schwarzer Typ. Ey, ist so ein Panda gewesen, glaube ich. Ein Panda, ein rosa Panda? Hab schon. Warte mal, Panda, Panda sind doch, sind Panda nicht diese schwarzen Geparden, Alter? Ey, ich schwöre, ich habe hier einen gesehen, Digga, Panda. Keine Ahnung, ich nenne den immer Panda, Bruder. Hä, war ich jetzt am Trippen-Stream? Hier war doch gerade einer. Ne, Quatsch. Ach, Puma, ich habe es mit Puma verwechselt, Digga. Ich bin natürlich auch im Schlauch. Ich habe kein Panda mit Puma verwechselt. Games on Bug, Games on Bug, Alter, warum? Bei mir ist Games on Bug, echt jetzt? Oh, sorry, Leute, dann sort ich nach der Runde, okay? Asynchron schreiben wir noch Leute überhören, hä, warum? Asynchron schreiben alle. Bei dir, bei mir oder wo? Also generell, Digga, ich habe schon voll oft gesehen, Sie schreiben so asynchron, obwohl alles synchron ist. Warte mal. Hä, aber... Lass mal drauf, lass mal, lass mal win holen, komm. Games on Bug kann schon sein bei mir. Ja, du kannst hier kurz einbauen, kurz HDMI rein, raus, dann ist eh weg. Ja, warte mal kurz. Okay. Du bist jetzt nach rechts, quasi. Games on Bug ist normal. Was ist, was ist denn Miliks? Schreiben bitte rein, Miliks bei mir in Chat, was war, was war komisch. Komm, Anton? Es kann sein, dass Dingens... Wir haben irgendwie momentan so ein bisschen Vodafone struggle, das ist schon kurz offline, weil das kann ich mir vorstellen, aber sonst... Opa! Okay, alles gut, komm, Massi. Ja, ich bin schon ein Stück weiter vorne, ich warte hier auf dich. Hier ist vor mir ein Anton. Marcel hört man nicht, Leute, weil er geht leise, ist alles gut. Ja, ich sag gar nichts, Leute. Alles easy peasy. Massi, wo war der? Sag mal. Ich habe gedauert hier auf der Brücke. Ich habe mich gedauert hier auf der Brücke. Oh, scheiß drauf, weg mit ihm. Okay. Er hat aber irgendwo nach vorne gesniped, das heißt... Irgendwo einer, Anton. Lass mal hier so runter. Oh, ich habe auch nur 53 Eier, Monina, wie viel hast denn du? 53, komm her, Bruder. Ach, Bruder, danke. Oh. Wird man sich ja direkt besser mit 62 Schuss. Oh, hier oben, Anton, guck mal, da, da sind Riesen-Treppen. Das ist aber nicht. Doch, 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 da läuft einer gerade von rechts drauf zu, siehst du? Ja, 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 ja. Lass ihn ein bisschen hochlaufen, dann schießen wir die. Ja, machen, 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 machen wir. Schießt du auf die vorderen Teile vom Treppen, okay, schießt auf die hinteren. Er ist nicht hochgelaufen, Bruder, nein, er ist nicht hochgelaufen. Oh, okay, er chillt, er hat uns gesehen, wahrscheinlich. Irgendeiner snipe auf uns von hinten. Ich springe einfach, wenn du läufst, dann erwischen wir uns nicht. Brochen, dann ab und wieder vorne. Oh, nice. Weg mit dem. Er hat ein RPG, was ich hole. Nimmst, 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 nimmst. Oh, boven, auf dem Berg, der piekt uns jetzt. At RPGs. Ah, von da, oberen, 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 oberen. So, genau, ein RPGs. Ah, ich hoffe, er büsch mich nicht. Fuck, sie schießen mich an, Masih. Baut auch, baut auch. Ich pushe hoch, ich pushe hoch, bleibt nichts anderes. Damit die, komm, 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 Masih. Ich pushe jetzt auch, Masih, ich bin hinter dir. Let's go, ich hab beide, Bruder. Nice, let's go. Let's get it. Jump pad, chak, chak, alles. Chak, chak, ähm, ist hier noch ein Fufi-Trank oder so? Ja, wer? Minis, minis, minis. Dann, 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 gern du dir, chak, chak. Hier kommt welche mit Jump pad an. Ja, ja, ja. Oh, nice, einen hab ich, Masih. Ah, ist connected, bitte, connected noch. Noch einer. Hinter uns noch, Masih, hinter uns. Hab ihn. Okay, hab noch einen, let's go. Let's fucking go, Digga. Ähm. Willst du das chak-chak ein, oder? Ja, dann nehm ich das chak-chak ein, das macht dann meistens Sinn. Okay, warte, ich geh runter, Anton, ich hole die, ich loote die schnell. Okay, das ist ein Loot-Job noch. Bisschen risky, weil die werden jetzt absolut zu uns kommen, die haben es so gehört, das war richtig fight, Digga. Ja, eben, deswegen, wir gehen ja eh weg von hier, hier unten liegt auch so viel, Bruder. Jo. Sneak dir das. Ich brauch Raketen unbedingt, Digga. Ich kann die schon geben, Digga, ich hab 25, ich brauch nicht so viel von mich. Warte mal. Soll ich zu dir rüberkommen, oder soll ich hier umbleiben? Ich würd sagen, bleib mal oben, Digga, ich hab vier Jump-Pits, Anton. Nice, Digga. Ja, komm her, ich geb dir den Raketenwerfen, Muni. Ah, hier sind nochmal Raketen, warte, vielleicht wie viele ist denn hier packt? Ich check grad ab, ob ich irgendwo einen noch sehe. Boah, keine Ahnung, wo die sind, Gärtner. Die sind, Digga, ich kann das alles nicht mitnehmen, was hier liegt. Hier unten, es wurden irgendwie so Ziegelstein-Teile gebaut. Die haben sich so gebaut. Wie viele hast du, Anton? 25. 25? Ja, komm. Okay, ich hab acht, dann gib mir ein bisschen. Wir haben eigentlich schon die absolute Power Position hier oben, gell? Absolut, ja. Also für die nächste Zone haben wir ja noch eine gute Power Position. Ich meine, die gleiche nicht auch weglegen können für die Shield diesmal. Oh, was geht der Emre, Bruder? Gib ihr mal den... Was, ich hab gleich einen, Headshot? Nice. Muss ja dann, ah, da, ich sehen. Siehst du ihn? Wolltest du finischen direkt. Äh, es ist leider zu runter. Gib mal den Raketen, Bruder. Ah, hab ich den schon gedroppt, Bruder? Achso, wo? Sieh, die hier hinter dir. Da liegen die. Sollen wir zu den rüberjumpetten? Ich hab fünf Jumppads, Anton. Okay, komm. Masi, ich seh die alle. Sollen wir echt rüberjumpetten? Fuck, einer ist auf N... Nein, lass, scheiß drauf, lass kurz chillen. Okay. Einer ist so zwischen N und 15. Der hat sich da gebaut, der wird gleich da rausblieben. Ich hab einen noch angehltet, Masi. Auch zwischen N und 15, so unten am Berg. Egal, Bruder, wir müssen die jetzt nicht unbedingt... Schießen auf mich, aber ich weiß nicht von wo. Ah, da, er macht Raketenwerfer jetzt. Ich komm mal zu dir rein, kurz. Pass auf, der macht einen Raketenwerfer. Von wo ungefähr? Ah, da. Okay, ja. Ich schau auch auf den Raketenwerfer. Alter, er hat mich jetzt echt angehltet, ne? Ich geh mal kurz in Deckung, Masi. Ich geh mal ein wenig, Medikit. Ist ja noch irgendwo... Ohne Witz, die sind schlecht, gell? Sollen wir einfach zu denen rüberfliegen? Ich hab halt echt nicht mal 200 Leben, Masi. Ich hab... Ich kann den 2 Shields noch troppen. Gib mal, komm mal her zu mir, bitte. Hab ich angehltet, den einen mit Sniper zu machen. Das ist noch ein 4, der Squad, ja. Komm mal her. Gib mal kurz, Digga. Mit 200 Leben können wir das gerne machen. Ja, ja, nimm. Das sind 200 Leben, was du jetzt an mir kriegst. Lass gleich machen, lass gleich machen. Lass beide einfach Ska nehmen und die richtig rapen. Nein, Admin. Oh, das war's dann noch schon wieder komplett. Ich kann den... Masi, hast du noch... Oh, mein Gott. Let's go. Ich hab ihm ein Headshot seines Lebens gegeben. Pass auf, Pass auf, Rakete. Nein. Nein. Oh, komm her, Masi, komm her. Oh, 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 oh. Okay. Oh, so Doppellage, genau. Oh, scheiße, digga, haben wir Heilung. Ich hab... Ich hab einen Medikit für dich, ja. Okay, nice. Da unten liegen halt noch fett die Sachen, gell? Unten. Digga, ich hab dir einen so kranken Headshot gegeben. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, in die Kommentare, Leute. Einer läuft rechts, den Berg runter. Oh, eines, hinter uns, hinter uns, Masi. Hinter uns, hinter uns. Ich hab ihn, ich bin tot. Oh. Hab ihn, hab ihn gedowned. Nice, schönes Ding. Wichtig. Ach, lass mal einen, ich hab ihn gedowned. Oh, ich hab noch einen gedowned. Nice, Bruder, komm. Hab ihn. Let's go. Wenn er nicht geheilt wurde, hat er nur noch einen Gegner, der nicht gedowned ist. Ja. Stimmt. Warte mal. Masi, wo ist denn der Typ, den du hier gedowned hast? Wo gedowned hab? Hier, oben auf dem Berg. Du hast ihn doch hier auf dem Berg gehört, oder? Hihihihi, der Lack hier. Der liegt erst außerhalb der Zone, ich seh. Der wird eh aufgeflessen. Ja, egal, egal. Nee, ich dachte nur, vielleicht hat er einen fetten Schildi für dich oder so, weißt? Ich seh's, was er hat. Die kommen hoch zu uns, Masi. Wo, wo, wo? Direkt vor uns. Einen hab ich. Let's go, komm. Wo ist der andere? Der Gegner. Das ist nicht so, ja. Ich will, dass wir den Win haben. Sollen wir, sollen wir jump head, Anton? Er läuft auf NW, Masi. Mann, wir fliegen sie drüber, Anton. Ich hab ihn fast. Da läuft, da läuft, da siehst du. Wo ist der, wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Er ist komplett weak. Wo ist der, wo ist der? Zwischen NW und 3,30. Zwischen den Bergen. Rechts von dir. Hier so? Ja, in die Richtung so. Ich flieg mit dir und dann schau, Massi, da wo ich jetzt hinflieg, da ist er. Da wo die Rakete hingeht. Wow, nein, 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 ich kann nicht bauen. Bro, ich kann nicht bauen. Komm, Anton, das ist easy. Anton, bitte erst über dir. Aim zu dir hoch, aim zu dir hoch, mach Raketenwerfer. Danke, Anton. Let's go, Leute. Dann würde ich sagen, lass alle einen Daumen nach oben da, Leute, für den Win hier im neuen Modus.